Sprechen wir heute darüber, wie man extrem erfolgreich wird, also beruflich und finanziell und da gleichzeitig mit sich verbunden bleibt, also sich nicht im Außen verliert, sich nicht in der Arbeit verliert, nicht irgendwie süchtig nach irgendwelchen Dingen im Außen wird und so weiter. Also Grundvoraussetzung sollte eh schon mal sein, man ist mit sich verbunden. Dann ist es eine ganz gesunde Basis. Es gibt aber Menschen, die sind das noch nicht und wenn ich jetzt so zurückdenke mit 25, als ich pleite war und da wollte ich immer noch erfolgreich, erfolgreich sein, dann habe ich es tatsächlich geschafft mit 26 und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Ich musste diese Erfahrung aber auch tatsächlich machen, weil das haben, glaube ich, einige gespeichert und ja, dass man in so ein Loch kommt, brauche ich irgendwie nichts arbeiten, es kommt genug Geld rein, damit ich gut leben kann und was mache ich jetzt? Komisch. Also ich hatte mit 26 schon diese Phase, die ich dann aber ganz gut für mich transformiert habe und natürlich ist dann über die Jahre hinweg noch einiges geschehen. Dann habe ich ja hier ein Business aufgebaut im Bereich Bewusstseinsentwicklung und das aber auch immer so auf einem Level, wo ich nicht zu hohe Verantwortungen eingegangen bin. Und jetzt war es spannend, letztes Jahr, September, habe ich dann für mich entschieden, dass ich es richtig Vollgas gebe. Warum? Ja, ich hatte einfach gespürt, einen innerlichen Impuls. Ja, Veränderung, es gibt einfach Veränderung. Irgendwie möchte ich mich jetzt einer Sache voll und ganz hingeben. Ich möchte mich jetzt voll und ganz committen und mal probieren, wie das ist, mal spüren, wie sich das anfühlt und mich auch auf alles einlassen, auch auf die ganzen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Weil wenn du dich entscheidest, dich zu verzehen, verzwanzigfachen, ja, dann musst du ein anderer Mensch werden. Das geht nicht anders und dann muss dir klar sein, möchtest du wirklich dieser neue Mensch werden? Bist du bereit, dein altes Ich sterben zu lassen? Weil man lässt sich, und das habe ich eben gemerkt auch, das letzte halbe Jahr, man lässt sich auf viele Sterbe- und Werdeprozesse ein und das aber proaktiv. Weil das halt auch klar ist oder eine logische Konsequenz, wenn du was verändern willst, in dir auch im Außen verändern willst, dann wirst du ein anderer Mensch. Und das alte Ich wehrt sich, oder es wehrt sich, es ist ungewohnt. Es sind neue Gedanken, neue Gefühle, die man fühlen muss, neue Entscheidungen, die man treffen darf. Also es ist kein Müssen, es ist ja alles eine proaktive, freiwillige Entscheidung. Wenn es ein Muss wird, dann sollte man es eh wieder sein lassen. Aber auch hier auch diese innere Haltung, dass man sich proaktiv darauf einlässt. Ja, aber jetzt ist es so, das beobachte ich bei vielen Menschen, die verlieren sich dann da drin. Und das ist auch verständlich sogar, kann ich echt gut nachempfinden. Weil wenn plötzlich so viel Verantwortung auf dich einfließt, du viele, viele Aufgaben hast, die du lernen darfst, dann zu managen, abzugeben. Dann kann es echt kurzfristig passieren, dass die Außenwelt dich komplett einnimmt. So, wie kann man es jetzt aber machen, dass man dann dennoch bei sich bleibt? Also die Umsätze steigen extrem nach oben, dann die Ausgaben steigen natürlich auch. Also bei uns ist jetzt aktueller Stand, das ist mal auch relativ nah, was jemand als Erfolg bezeichnet. Aber aktuell machen wir monatlich über sechsstellige Umsätze, also wirklich Umsätze, Auftragsvolumen ist noch höher. Das ist wirklich das, was an Umsätzen reinkommt, aber genauso auch haben wir höhere Ausgaben für Mitarbeiter, für Werbung. Also Umsatz ist nicht Gewinn, das muss man auch immer dazu sagen. Aber die Tendenz ist sehr steigend, auch in den nächsten Monaten, weil wir gerade einige Weichen dafür gelegt haben, dass wir ganz neue Prozesse integrieren in die Firma, damit das noch mehr wachsen kann und wachsen darf. Und da merke ich auch in meiner persönlichen Veränderung, ja, es tut sich vieles, auch mit Teamaufbau. Also man darf gewisse Dinge loslassen und gewisse neue Dinge integrieren und das ist echt spannend. Okay, wie schafft man es jetzt aber wirklich, da bei sich zu bleiben? Das geht eigentlich nur durch diese Phasen des Rückzugs, zumindest jetzt im Aufbau. Wenn eine gewisse Größe geschaffen worden ist, dann hat man ja auch Führungskräfte, dann kann man ja automatisch mehr loslassen. Aber jetzt geht es mal darum, beim Aufbau, in der Aufbauphase hat man noch nicht diese Führungskräfte. In der Aufbauphase liegt sehr, sehr viel Verantwortung bei einem selbst. Und jetzt kann ich auch hier einfach von mir selbst sprechen. Natürlich, ich meditiere viel, ich mache Wim Hof Atmung, ich mache Atemtechniken, ich gehe früher schlafen. Also das ist etwas, was ich auch stark integriert habe. Ich bin dann einfach auch ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar. Das ist möglich. Man kann alles so managen, dass man während des Tages die wichtigsten Dinge entscheidet, macht und umsetzt. Man muss nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Wer sich das einredet, der hat einfach ein Managementproblem mit sich selbst. Weil wenn man den ganzen Tag drin ist, von früh bis abends, dann ist man mit dieser Rolle völlig identifiziert. Und ich habe ja auch schon in anderen Folgen oft erwähnt, eine Identifizierung ist ja genau das, was dir die Vogelperspektive wegnimmt. Du bist verklebt mit deiner Rolle. Oder du hast keinen tiefen Einblick mehr. Also man hat eher einen eingebetteten, oberflächlichen Blick auf gewisse Dinge, weil man einfach in dieser Rolle gefangen ist. Okay, das ist verständlich. Weil wenn du den ganzen Tag diese Rolle spielst und du kaum mehr Auszeit für dich hast, dann ist ja klar, dass du gar keine andere Sichtweise mehr annehmen kannst. Oder dass du einfach, es braucht einfach diesen Ausstieg aus dir selber. Darum geht es. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste auf diesem Weg dorthin. Wenn man diesen Weg geht, dass man diese Phase für sich wieder findet, komplett aus sich auszusteigen. Und das kannst du eben machen, indem du wirklich sagst, ich bin ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr erreichbar. Und auch wenn der Verstand unbedingt aktiv sein möchte, weil das will er ja dann unbedingt oft, weil wenn du in so einer Wachstumsphase bist, der Verstand, der möchte dir viele Gedanken senden, was man noch zu tun hat, zu machen hat, dann kann man das vielleicht kurz aufschreiben und wieder loslassen. Aber das ist ein gutes Learning. Learning parallel, das ist ja das Gegensätzliche. Auf der einen Seite ist man total drin in dem Thema und auf der anderen Seite steigt man wieder komplett aus. Das Aussteigen braucht einfach auch diesen Rückzug. Und dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach gewisse Aufgaben abgeben kann. Ob das eine persönliche Assistenz ist oder Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Bei mir ist es ja auch so, dass ich viele Bereiche habe, wo ich schon echt vieles abgegeben habe. Also ich bin ja nicht komplett allein bei mir. Ich habe in den verschiedensten Bereichen ein Team, die mich unterstützen, die auch richtig gute Arbeit abliefern, also auf das ich mich verlassen kann. Aber dennoch ist es jetzt noch nicht so, dass ich eine Führungsebene eingeführt habe, wo ich das komplett abgeben kann. Also eine gewisse Teilkontrolle darf ich ja dennoch ausüben über das gesamte Unternehmen, damit ich sehe, okay, läuft alles so, wie es wirklich sein soll, geht es in die gewünschte Richtung. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, es kommt immer darauf an, welches Ziel du verfolgst und welcher Nische du bist. Vielleicht bist du ja auch solo selbstständig, machst irgendwas in der Richtung und sagst, hey, für mich reicht es, dass ich monatlich meine 5.000 bis 10.000 mache und bin glücklich. Dann, das ist jetzt aber auch für mich nicht extrem erfolgreich. Ja, das ist immer, wie gesagt, eine Definitionssache. Jemand, der 100 Millionen Jahresumsatz macht, für den ist auch 5 Millionen Jahresumsatz nicht extrem erfolgreich. Ja, das ist immer so eine relative Geschichte. Also das kommt, wie man die Welt sieht, im Endeffekt sieht man ja sich selbst. Also das hat immer mit einem selber zu tun. Vielleicht ist man ja aber auch in einer Nische, wo man jetzt als Solo-Selbstständiger, Selbstständige mit Geschäftskunden zu tun hat und da sogar 50.000 im Monat Umsatz macht, ohne dass man Mitarbeiter braucht. Es gibt ja viele verschiedene Branchen natürlich. Für mich ist es jetzt dieser Weg, also ich kann ja auch nur von meinem eigenen Weg sprechen, deshalb ist es ja auch keine allgemeingültige Wahrheit. Aber bei diesem Weg, wo wir auch sagen, gut, wir bauen ein Team auf aus mehreren Dutzenden Mitarbeitern mit Bürostandort in Deutschland, dann ist es natürlich schon so, dass man eine gewisse Phase durchgeht, die einen komplett verändert, weil man einfach andere Verantwortungen übernimmt. Und das ist schon spannend, weil ich war früher eigentlich immer der Mensch, der absolut seine Ruhe haben wollte, der nicht zu hohe Risiken eingehen will, nicht zu hohe Verantwortungen übernehmen möchte, der einfach mehr diese Freiheit, Freizeit hat. Also Freiheit ist eine Definition. Für mich ist es jetzt Freiheit, auch meine Arbeit machen zu dürfen, das ist wirkliche Freiheit. Aber ich habe dann ja auch ein paar Jahre in Zypern gelebt, tolle Energie, also ich liebe es immer noch. Ich bin auch ein paar Monate pro Jahr dort, weil es einfach super ist. Aber das war so meine Phase, die hatte ich ein paar Jahre und jetzt ist einfach eine neue Phase eingetreten und vielleicht hat es mit dem Alter zu tun, mit den Lebensphasen, das ist immer unterschiedlich. Ich bin jetzt 32 geworden vor über einer Woche und vielleicht ist es dann hormonell bedingt, dass man zwischen 30 und 40 dann so richtig vielleicht auch Gas geben möchte. Also man, was auch immer, also es kann hunderte Gründe haben. Auf jeden Fall wichtig ist, es geschieht nichts aus Zwang. Als ich das mit 18 oder 20 wollte erfolgreich werden, dann war das Problem, ich wollte irgendein Loch damit füllen. Das machen auch viele Menschen heute noch. Und deshalb gibt es viele, viele Menschen, die erreichen dann ein gewisses Ziel. Und bei mir war es dann eben damals, also mit 25, das ist jeder unterschiedlich. Manche haben das bei einer Million Jahresumsatz, manche haben das bei 100.000. Also man muss halt auch immer auf Gewinn rechnen. Also manche haben das dann vielleicht mit 300.000 Gewinn im Jahr. Bei mir war es dann mit, ich sage jetzt mal mit 100.000 Euro Gewinn, in einem Jahr habe ich dann gemerkt, da war bei mir diese Phase, wo ich gemerkt habe, irgendwie Erfolg ist doch nicht alles, es ist irgendwie langweilig. Was mache ich jetzt aus meinem Leben? Also ich hatte etwas kompensiert und das machen viele Menschen. Und das ist ja der wichtige Punkt, auf dem Weg, wo man was macht, immer wieder zu erkennen, warum mache ich das denn eigentlich? Warum tue ich das? Und interessanterweise, wenn dieses Erfolgsding zu stark im Vordergrund steht, dann kann man sogar seine Berufung leben und man wird sich dadurch ein bisschen sabotieren, weil einfach man aus irgendwelchen Mangelmustern agiert. Man muss es jemandem beweisen, man handelt aufgrund von irgendwelchen Mangeldenken, Ängsten, weil immer mitgegeben wurde, hey, du musst schauen, dass du einen Job hast, dass du abgesichert bist und so weiter. Vielleicht war man es auch einfach gewohnt, immer im finanziellen Mangel zu leben und dann sieht man eben, was möglich ist mit Geld und dann möchte man das unbedingt erreichen. Und dann gibt es Menschen, die erreichen diesen Moment und dann erleben sie einen innerlichen Abfall und wissen nicht, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ja, das ist eine normale Phase, die viele haben, viele durchleben. Nicht alle. Es gibt genug Menschen, die haben ihren Erfolg, die bauen sich das auf, die sind aber grundsätzlich durchgehend schon mit sich verbunden. Die verstehen vielleicht gar nicht, warum Leute diese Phase haben. Ja, so gibt es auch das Sprichwort, das Letzte, was der Fisch bewusst wahrnimmt, ist das Wasser, was ihn umgibt. Also ein Mensch, der grundsätzlich schon mit sich verbunden ist und einen erfolgreichen Weg geht, der versteht und das nicht aus irgendeinem Zwang heraus macht, weil er irgendein emotionales Loch füllen muss, der kann andere Menschen gar nicht verstehen, warum die das haben, warum die das so machen. Und diejenigen, die das haben mit diesem emotionalen Loch, was sie füllen, die wünschen sich ja natürlich auch eine Lösung, aber die wissen gar nicht, wie es geht. Ja, auch hier. Rückzug, bei sich ankommen, sich spüren durch diese ganzen Themen mal durchgehen, die man da so durchlebt hat, aber auch wirklich wichtig, dass man vielleicht tatsächlich diese Enttäuschung durchlebt, dass man Erfolg hat und dann merkt, es ist doch nicht alles. Und dann auf einmal, wenn sich innerlich dieser Fokus verlagert, ja, es kann sein, dann macht man eine Phase der Leere durch, der Träge, der Selbstfindung und das ist ja auch der Moment, wo bei vielen dann wieder das Geschäft zusammenbricht und wo es weniger wird und weil man einfach keine Lust mehr drauf hat. Es geschieht eine komplette Dekonstruierung sozusagen in einem Selbst, also da sterben so viele Anteile weg. Viele Menschen schaffen es dann gar nicht parallel, ihre Firma am Laufen zu halten, ihre Geschäfte, dann bricht das alles zusammen und dann kommt aber die Phase, wo sie eine Sache tun, weil ihnen die Sache Spaß macht, weil es ihnen Spaß macht, Mehrwert zu liefern, weil es auf einmal nicht mehr vordergründig darum geht, Erfolg zu haben. Du wirst dennoch Erfolg haben, aber der Erfolg ist einfach so eine automatische und selbstverständliche Nebenerscheinung. Und vorher hat man einfach zu sehr den Fokus darauf gelegt, auch auf unterbewusster Ebene, weil mit Willenskraft haben es die meisten ja nicht geschafft, dass sie daraus jetzt aussteigen und sagen, ja, ich folge jetzt einfach nur meiner inneren Stimme und mache das, was ich liebe. Wenn das so einfach gehen würde, dann würden sie einfach viel mehr machen. Nein, viele handeln aufgrund dieser emotionalen Löcher und wenn sie das aber für sich geschafft haben, überwunden haben, transformiert haben, dann auf einmal können sie wirklich sagen, hey, ich bin mit allem glücklich, ich bin grundlos glücklich. Es braucht nämlich keinen Grund, um glücklich zu sein. Das ist das Wichtige zu verstehen. Es braucht keinen einzigen Grund, um glücklich zu sein. Ein einjähriges Kind hat keinen Grund, um glücklich zu sein. Es versteht die Welt noch gar nicht so wie wir auf der rationalen Ebene. Es ist einfach glücklich. Es ist in der Liebe. Es ist in der Verbundenheit. Es ist einfach nur im Flow und in der absoluten Glückseligkeit. Und wenn du diese Basis wieder für dich geschaffen hast, dann bist du frei. Weil du bist so frei von Ängsten, irgendwas zu verlieren, weil du einfach durchgehend auch alles akzeptierst, was scheitern könnte. Weil es darf auch alles scheitern. Und es ist egal. Weißt du warum? Es gehört zum Leben dazu. Und du genießt plötzlich alles. Du genießt den Kreationsprozess, den Zerstörungsprozess. Also wenn irgendwas schief geht und es gehen immer irgendwelche Dinge schief und das ist in Ordnung, das ist okay. Das gehört aber zum Leben dazu. Ein Kind, was eine Sandburg baut, liebt es, diese zu bauen. Was macht das Kind? Es zerstört sie sogar selbst oft wieder. Und auch das gehört dazu. Also es gehört einfach alles integriert. Und wenn du das verstanden hast, dann auf einmal handelst du nicht mehr aufgrund von Ah, das muss jetzt unbedingt so sein. Das darf ja nicht so eintreten. Das muss ich unbedingt vermeiden. Natürlich, damit das Unternehmen funktioniert, damit deine Geschäfte laufen. Natürlich darf dieser Ansatz schon da sein, dass du versuchst, gewisse Dinge zu vermeiden. Aber es ist ein Unterschied, ob du es einfach auf rationaler Ebene für dich so entscheidest und dass deine Wege gehst oder wenn da richtig starke Emotionen und Energien von dir drin hängen, die sagen, oh mein Gott, das darf ja nicht passieren. Dann bist du Gefangener. Dann bist du Gefangener deiner eigenen Geschäfte, deiner eigenen Projekte, deiner Firma. Dann kannst du alles vergessen. Wenn du aber wirklich diesen Prozess lieben lernst und auch die Dinge, wenn sie mal nicht so laufen, wie es sich der Verstand vorgestellt hat, sagst, das ist egal. Dieser Weg, dieser Prozess, der hat mich so geformt. Ich bin so ein anderer Mensch dadurch geworden. Ich bin unter gewissen Drucksituationen zum Diamanten geworden und genau deshalb habe ich es gemacht. Und wie viel Erfolg dabei jetzt rausgekommen ist, das ist eine Nebensache. Es ist sowieso selbstverständlich, wenn ich die Dinge ordentlich mache, wenn ich dafür brenne, wenn ich Mitarbeiter einstelle, die auch für das brennen, was wir tun, wenn ich schaue, dass wir ordentliche Produkte, Angebote und Dienstleistungen kreieren, dann ist es ja logisch, dass wir Erfolg haben. Aber der Weg dorthin, du darfst dich selber dabei nicht vergessen, dass es in Wirklichkeit für dich, geht es eigentlich immer um deine Innenwelt, wie bist du mit dir verbunden. Und das schaffen halt viele nicht, auf diesem Weg dorthin, dann wirklich bei sich zu bleiben. Also viele Menschen schaffen es, dass sie total erfolgreich werden, finanziell, beruflich, dass sie sehr, sehr viel Geld verdienen, sehr ein großes Vermögen aufbauen, aber sie verlieren sich dann zu sehr im Außen, sie sind nicht mehr sie selbst, sie werden beherrscht von dieser Rolle und sie können all das nicht in dem Glücksniveau ausleben, wie sie es gerne möchten. Und da es für den Verstand oft nicht so greifbar ist, was man hier so spricht mit der Glückseligkeit, möchte ich es mal in Zahlen ausdrücken. Was ist besser, 100 Millionen Vermögen zu haben und ein Glückslevel von, sagen wir, 30 oder ein Vermögen von 10 Millionen zu haben, dafür ein Glückslevel von 500? Sollte logisch sein, die Antwort, ne? Weil es gibt so viele Menschen, die sind unglücklich, werden sie erfolgreich werden und sind, weil innerlich immer so eine Stimme da ist, wenn ich es geschafft habe, dann passiert dieses und jenes und wow. Und dann auf einmal haben sie es geschafft und sie sind allein. Sie sind plötzlich komplett allein mit sich selbst und denken sich, krass, ich fühle mich richtig scheiße. Und dann, was passiert bei vielen, sie stecken sich noch höhere Ziele, aber nicht, weil das, aber einfach aus dem falschen Grund, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich unendlich große Ziele zu setzen. Glaub mir, ich bin absoluter Freund davon. Ich liebe es, wenn Menschen sehr groß denken, wenn sie wirklich visionär sind, wenn sie sagen, wir verändern jetzt etwas Großartiges, wir verändern einen kompletten Markt. Ich finde das absolut genial, ich liebe das. Nur was ist der wahre Grund dafür, warum das jemand macht? Und das ist dann der falsche Ansatz, wenn jemand unglücklich ist. Und weil die Menschen zu wenig in sich hineinspüren, merken sie es ja nicht. Hey, wäre das so eine Information, die völlig logisch ist und du hättest einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du das vermeidest, dann würden die Menschen das ja vielleicht sogar umsetzen. Aber sie handelt dann aufgrund ihrer konditionierten Muster, okay, ich sitze jetzt da, man ist unglücklich und dann kommt eine Stimme, die sagt, du musst noch erfolgreicher werden, weil wenn du noch erfolgreicher bist, dann wirst du glücklich sein. Und das Ding ist, sie hinterfragen diese Stimme einfach nicht. Sie denken sich, ja, stimmt, ich mache das jetzt einfach. Gut, es ist auch so, dass sie in die Beschäftigung verliebt sind, weil, das ist der nächste Grund, diese Menschen schaffen es nicht, still zu sein. Die schaffen es nicht, einmal für einen gewissen Moment in der Ruhe zu sein. Das macht sie wahnsinnig. Also machen sie das, was sie eh schon können. Hey, ich beherrsche ja dieses Geschäft, also mache ich damit weiter, ich investiere da noch mehr Zeit. Weil, dann muss ich mich nicht spüren, dann muss ich diese tiefe Leere, die ich in mir empfinde, nicht wahrnehmen. Weil, die wissen nicht, wie sie damit umgehen. Es fühlt sich auch für einen gewissen Moment, ja, wenn man es bewerten möchte, nicht gut an. Aber dass sie nur deshalb, weil man nicht weiß, wie man damit umgeht. Wenn man sich aber diese Zeit nimmt und sich spüren lernt, und das ist ja auch das, was man in unseren Programmen lernt, in unserer Ausbildung, dass man mal wirklich wahrhaftig mit sich verbunden ist und das spürt, dann lösen sich auch alle anderen weiteren Themen auf. Dass man frei von Zwängen ist, frei von Ängsten und dann einfach wirklich diesen absoluten Zugang zur inneren Stimme hat, um in jedem anderen Lebensbereich dann plötzlich voller Leichtigkeit genau zu wissen, wie es weitergeht, was ich machen darf, was ich machen soll, was ich nicht mache. Weil ansonsten ist es so, wie wenn du blind mit dem Auto herumfährst, es gibt zehn Stationen, wo du hinmöchtest, aber du kommst nie an und du fährst hundertmal wo dagegen. Und wenn du aber diesen Zugang zu deiner Intuition hast, dann siehst du plötzlich und auf einmal fährst du voller Leichtigkeit zu jeder Station. In jeder Station meine ich jetzt, da gibt es halt viele, partnerschaftlich, gesundheitlich, beruflich, finanziell, alles was es so gibt in deinem Leben, wo du sagst, da möchte man sich ausleben, da möchte man sich verwirklichen und dann hat man da plötzlich volle Klarheit über die nächsten Schritte. Wenn das auf dich zutrifft, was ich jetzt alles in dieser Folge erwähnt habe, dass du extrem erfolgreich bist, dass du merkst, noch mehr Erfolg ist zwar cool, aber es macht dich nicht unbedingt glücklicher, dass du lernen möchtest, wirklich wahrhaftig bei dir anzukommen, dass du nicht handelst aufgrund von emotionalen Löchern und du im Nachhinein aufgrund dessen sogar noch erfolgreicher sein wirst, aber diesen Erfolg ganz anders genießen kannst, weil du mit dir so verbunden bist. Wenn das ein Thema für dich ist, dann schreib mich gerne auf Instagram an, du findest den Link dazu in der Beschreibung, in den Shownotes. Da schreibst du auch wirklich mit mir persönlich und dann stelle ich dir eine Möglichkeit vor, wie ich dich da persönlich begleite, weil gemeinsam ist es schon um einiges einfacher, als wenn du diesen Weg alleine gehst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Hey, das war's zu dieser Folge und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.